Und diese Kleinigkeit kann so etwas von Dankbarkeit hervorrufen, die alle die Schwierigkeiten verschwinden. Und ich habe auch hier in Deutschland ein Jahr als Tierärztin gearbeitet. Ich bin dankbar für alle Momente, die wir miteinander erleben dürfen. Ich bin Emma Manocchi, bin 40 Jahre alt, komme aus Italien und lebe hier in Augsburg seit acht Jahren. Arbeite hier in Osamblasius in Augsburg, in einer Förderstätte für schwer mehrfach behinderte Menschen. Unser Schwerpunkt ist Blindheit und Sehschädigung. Das Dominikus Ringgassenwerk bedeutet für mich ein Ort, wo man sie frei entfalten kann, sowohl als Mitarbeiter wie auch als Klientin oder Bewohner. Und für mich ganz wichtig ist ein Satz, der in unserem Leitbild steht. Das ist die sogenannte goldene Regel. Alle, was ihr von anderen wartet, tut auch ihnen. Und das ist ein Satz, der in meinem Leben sehr wichtig ist, schon in der Jugendzeit war wichtig. Und ich versuche, in diesen Alltag, in unseren Alltag einzusetzen, mit meinen Eltern, mit meiner Arbeit, mit den Klienten und mit den Kollegen, sowohl in der Förderstätte wie auch in der Wohngruppe. Kostbar sind für mich die viele Beziehungen, die ich hier habe. Sowohl mit den Klienten als auch mit den Kollegen und Angehörigen. Und wofür ich dankbar bin? Ich bin dankbar für alle Momente, die wir miteinander erleben dürfen. Wir lachen so viel miteinander, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber ich bin auch dankbar für die schwierigen Momente. Weil in diesen Momenten können wir wirklich miteinander sehen, dass wir gemeinsam etwas Neues aufbauen können, Neues anfangen können. Und dann ist diese Dankbarkeit noch größer als das Ende. Ja, meine Arbeit erfüllt mich und sogar sehr. Ich weiß nicht, wir sind gewohnt zu hören, besonders in den letzten Jahren, in den Medien, dass die Arbeit von Pflegekräften eine sehr schwierige Arbeit sei. Es stimmt schon, aber auch wieder nicht. Weil natürlich ab und zu man muss mit sehr schwierigen Situationen umgehen können. Aber dann kommt etwas ganz Kleines, etwas Winziges, fast Umschreibbares. Und diese Kleinigkeit kann so etwas von Dankbarkeit hervorrufen, die alle die Schwierigkeiten verschwinden. Das ist, ich kann es sowas nennen als Gegenseitigkeit. Weil ich als Arbeiter oder Mitarbeiter investiere meine Kraft, meine Mut, mein Engagement in die Pflege und die Betreuung der Klienten. Und dann bekomme ich viel mehr zurück von ihnen. Kann ein Lächeln sein oder das erste Mal, dass ein Bewohner meinen Namen ausspricht. Oder einfach die Schachtelpraline, die uns die Angehörigen schenken. Und diese Gegenseitigkeit lässt alle die Schwierigkeiten langsam verschwinden oder zumindest minimieren. Schwärme, fach, beinderung ist ein schwieriges Wort. Aber was ist, was steckt da hinten? Menschen stecken da hinten. Und jeder Mensch ist anders. Auch wenn die gleiche Krankheit da ist oder der gleiche Roststuhl oder vielleicht die gleiche Deformation oder die gleichen Probleme da sind, sind sehr unterschiedliche Menschen, die dahinter stecken. Und wenn man das erste Mal in Begegnung mit diesen Menschen kommt, vielleicht erschreckt sie und fragt, oh Gott, wie kann ich damit umgehen? Aber dann sind genauso Menschen wie wir alle. Wir hören gerne miteinander Rockmusik. Zum Beispiel mich und ich sind beide von den 80er Jahren. Er ist 85 geboren, ich 81 und wir hören gerne miteinander Queen. Das ist, ich denke, der Schlüssel. Nicht die Behinderung zu schauen, sondern die Menschen, die in der Behinderung leben oder mit der Behinderung leben muss. Was mir wirklich immer Spass macht, ist zu sehen, wie sie unterschiedlich sind und wie sie sich anders entwickeln können und entfalten können. Und auch wie sie unterschiedlich sind. Der Maximilian hört gerne Rockmusik, der andere hört nicht Rockmusik. Und wenn der Maximilian hört seine Musik, kommt der andere und schaltet, obwohl er blind ist. Und rein theoretisch, man könnte nicht denken, dass er es schaffen würde. Aber weil er keine Musik in dem Moment hören will, steht auf und schafft es selbstständig, das Radio auszuschalten. Und das sind genauso diese Wunder, die man entdeckt hinter der Behinderung. Was typisch von unserer Einrichtung hier in Augsburg, in dieser Einrichtung, ist die Blindheit bzw. Sehschädigung. Alle unsere Klienten haben eine starke Sehschädigung. Das bedeutet, das Sehen ist fast unmöglich. Alle können nicht reden. Nur einige können einige Wörter aussprechen, wie zum Beispiel Pferd oder Ball oder Kleinigkeiten. Nur einige können bedient laufen. Die meisten sitzen im Rollstuhl, mit besonderen, grossen Rollstuhlen, die viel Platz aufnehmen. Aber was können sie? Sie können lachen. Sie können das Leben geniessen. Sie können mit allen anderen Sinnen uns Botschaft schicken. Es ist mir mal passiert, dass ich nur in den Raum gelaufen bin und ich wurde schon gerufen, weil sie mich von meinem Schritt erkannt haben. Das ist eine andere Art und Weise, das Leben und die Umgebung wahrzunehmen. Ich bin Tierärztin. Ich habe diesen Beruf in Italien gelernt und ich habe auch hier in Deutschland ein Jahr als Tierärztin gearbeitet. Ich bin offiziell eine bayerische Tierärztin, sozusagen. Ich hatte schon in meiner Studiumzeit nebenbei eine Ausbildung als tiergestützte Therapeutin gemacht. Die Tierärztin ist eine Disziplin, die durch die Beziehung mit den Tieren verbessert in der Lebensqualität von Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung, aber auch mit depressive Menschen, alten Menschen in Altenheimen. Und ich war in meiner Freizeit oft ehrenamtlich tätig und in vielen sozialen Projekten engagiert. Als ich gespürt habe, dass diese Tiermedizin irgendwie zu eng war, habe ich mir gedacht, ich würde gerne auch in Deutschland als tiergestützte Therapeutin arbeiten. Und dann habe ich eine Praktikum gemacht in einer Wohngruppe von Dominikus Ring-Eisenberg und da nach drei Tagen habe ich ein Stellangebot bekommen. Und da hat dieser Job mir so Spaß gemacht, dass ich die Ausbildung in Usberg gemacht habe als Heilerziehung und Pflegerin und jetzt bin ich seit zwei Jahren in dieser neuen Förderstätte in Usberg. Habt ihr auch früher ein bisschen mitgekriegt, dass wir sehr viel Spass haben in der Arbeit, aber wirklich sehr viel Spass. Und natürlich die Tatsache, dass wir in unserem Team ein sehr schönes Miteinander erleben, hilft auch, die schwierigen Momente besser zu verbinden und dann das Lagen sehr schnell hervorzurufen. und dann... Untertitelung des ZDF, 2020